Es blitzt. Echt? Das ist doch kein Blitz. Was ist denn Blitz? Guck mal hier. Da, siehst du? Das ist doch der Brain Blaster. Leute, wir sind wieder am probieren. Ich habe Cherry Flavor, Bestart Blue Raspberry, dann gibt es noch Pineapple und Apple. Leute, was hat sich gewählt? Sauer. Drei, zwei, eins. Riechen kurz. Na gut. Ah, eigentlich gehen sie. Nicht so sauer wie neulich, die Baten. Die sind schockt. Neulich, als wir diese jahr hatten. Du musst jetzt immer alleine essen. Oh ja, mega lecker. Also trinke ich den Dwing von Nester Folge. Das stimmt. Genau, sie sind von Nester Folge. Hat wir ein Taxi bestellt? Bestart, hast du kein Taxi? Na klar, guck mal. Ach so, das ist ja wirklich ein Taxi. Dann wollen wir probieren. Probe. Riechen. Riechen tut. Mega gut. Tropische Frucht. Wir probieren. Badewächter. Prost. Schmeckt gut. Schmeckt jetzt nicht zu süß, nicht zu sauer. Schmeckt fruchtig. Es ist echt. Elode. Adler Kadaba Simsala Bryn. Boom. Unser zweite Portion. Kalb kaufe Empfehlung. Taxi. Leider keine Werbung. Wo alles so gut schmeckt. Und ich glaub, das gibt es nur in Niederlanden. Ich habe es bei uns noch nicht gesehen. Ehe Leute, das ist echt der Overall Rating. Das machen wir jetzt immer. Drain Blast Derb. Ehe ich jetzt gesagt. 7, weil es hat nicht so viel Geschmack. Ja, ist auch nicht so sauer, wie es draufsteht. Also war jetzt ein bisschen enttäuscht. Ehe 6. Ah, so will ich. Aber da gebe ich echt eine 8. Und Taxi kriege ich eine 8. Ich hätte es gesagt. 9. Aber es ist auch gut, dass es nicht zu süß ist. Ich habe da gar nichts an süß. Ja, er kocht dich halt. Oh Leute. Raw Rating. Das insgesamt dann. Ah, 6. Ich habe 7. Das heißt 6,5. Was hast du? Äh, dachte ich 8. Nicht 9. Das heißt, das hier 6,5 und das 8,5. Kilo, das ist das Beste, was es gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.